Was haben wir denn im Live? Aha. Todaschut. Todaschut. So, passt. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Mit etwas Verspätung begrüße ich nochmals, weil wir etwas technische Probleme hatten, die jetzt gelöst sind. Heute, am Sonntagabend, unsere Übersetzerin Nushin in Berlin und Shahram Mokri in, nicht in Teheran, nein, in Maryland. Herzlich willkommen nochmal. Nushin hat eben bei unserem Fehlversuch schon eine allgemeine Begrüßung vorgenommen. Sie kann jetzt Shahram nochmal mitteilen, dass wir tatsächlich jetzt auch live sind. Ich kontrolliere alles und dann werden wir unsere Gespräche beginnen. Herzlich willkommen nochmal. Sie haben gesagt, dass wir ein paar Mal haben, und jetzt live sind, und jetzt haben wir unsere Gespräche zu machen. Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben für dieses Festival. Ich hoffe, dass die Zuschauer diesen Film genossen haben. Und ich bin bereit für das Gespräch über diesen Film. Ja, natürlich können jederzeit auch Kommentare und Fragen auf Facebook eingespielt werden. Das bieten wir immer an. Und ich weise auch noch darauf hin, dass wir auch bei den anderen Filmen Diskussionen planen, die jeweils dann auch angekündigt werden. Und die ganz einfache Frage an den Film machen selber, worum geht es denn in dem Film? Ja, ich habe einen Film gemacht. Ja, ich versuch dann auch mal genau so einfach zu antworten. Ich denke, dass Kino in der Lage ist, seine eigene Erzählung der Geschichte uns darzubieten und dass Kino hat seinen eigenen Blick auf die Geschichte und das muss nicht der Identische sein, sozusagen. Man kann diesen Blick auch verändern durch Film. Ja, ich versuchte. 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 Ich versuchte. Ja, danke. Ja, ich versuchte. Ja. Ich versuchte. Ich versuchte. Ich versuchte. Ja, ich versuchte. 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 Ich glaube, es ist eine große Herausforderung, die in den Augen zu sehen, 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 die in den Augen zu sehen. Ja, über dieses Thema gibt es auch, über diesen Brand des Rex-Kinos gibt es unzählige Bücher, auch mehrbändige Bücher. Es gibt sogar Gerichts-Videos über die Gerichtsverhandlungen. Das wird von einem Sender namens Mustanat ausgestrahlt und ja, es gibt, wie Amin schon sagte, Dokumentarfilme über dieses Thema aus verschiedenen Perspektiven und ja, das ist wohl der erste Spielfilm, der eben in einem narrativen Rahmen mit diesem Thema umgeht. Mich interessiert, was ist denn jetzt das Careless Crime, was ist das Genoiat-Videos, das der Titel anspielt? Ja, ich habe mir das Gefühl, was ist das Genoiat-Videos, was ist das? Ich glaube, in der Zeitung von Cinema Rex, in der Zeitung von Cinema Rex, Und er hat eine Art und Weise. die in den Augen auf die Fahe Ja, also this is Rex Der Brand des Rexkinos ist ein Ereignis, was immer zwei Narrative, also im Diskurs gibt es immer zwei Narrative und man ist davon ausgegangen, dass es eben hinter den Kulissen geplant wurde, dieser Brand und das Thema wurde politisch interpretiert und es gibt eben zwei verschiedene politische Richtungen, wer hinter diesem Brand gesteckt haben könnte. Und dieser Film befasst sich aber mit einer dritten Perspektive und nicht mit diesen beiden Narrativen. Und das wollte ich unter anderem zeigen, dass der erste Grund, dass diese Nachlässigkeit, diese Fahrlässigkeit in der Details sozusagen dazu geführt haben. Es gibt noch einen zweiten Grund, den ich nennen werde. Ja, also in der Zeit, ich habe einen Film gesehen, von Harald Schaaf, die in den Film von Harald Schaaf ist, die in den Film von Harald Schaaf ist, die in den Film von Harald Schaaf ist. Und die in den Film von Harald Schaaf, die in den Film von Harald Schaaf ist. Und die in den Film von Harald Schaaf ist, die in den Film von Harald Schaaf ist. Ja, der zweite Grund ist, es hat schon mal einen Film gegeben, also in der Geschichte des Films bin ich auf einen Film gestoßen, einen Stummfilm von Harald Schaaf. Crime of Carelessness ist der Titel dieses Filmes und in diesem Film geht es auch darum, dass eine Fabrik in Brand gerät aufgrund von Nachlässigkeiten und Fahrlässigkeiten. Und ich denke, dass die Geschichte des Films uns schon gewarnt hat vor Ereignissen, wie zum Beispiel dieser Brand vom Rex Film. Dieser Kurzfilm kommt ja, dieser Stummfilm kommt ja jetzt auch wieder in seinem Film vor, der wird zitiert, der ist im Filmmuseum zu sehen. Danke für die Information, dass es sich um einen echten Film handelt und nicht nur einen für den Film hergestellten. Das bringt mich mit einem gewissen Sprung jetzt zu einer allgemeinen Frage. Also seine Filme leben ja alle davon, dass sie sehr verschachtelt, sehr kunstvoll gebaut sind, eine unglaubliche Tiefe ermöglichen, wenn man sich genau mit ihnen auseinandersetzt. Und man, wir könnten jetzt auch drei Stunden lang uns in Interpretationen über diesen Film versuchen, wovon ich mich jetzt zurückhalten muss. Ich habe eine Frage. Sie sind so kunstvoll, sie sind spannend, dann hypnotisierend, aber dann auch wieder spielerisch und unterhaltsam gebaut. Auf den Schaffensprozess und die Arbeitsweise von Shah Rauh Mokri hinbezogen gefragt. Wie kommt die erste Idee? Wie viel Intuition und wie viel Konstruktion, wie viel Arbeit und wie viel Spaß steckt letztendlich darin? Vielleicht auch zusätzlich gefragt, welche Rolle spielt eigentlich seine durchgängige Co-Autorin, die Nassim Ahmad Pour dabei, die ja immer im Abspann steht als Co-Autorin, damit so ein wirklich sehr komplexes Werk entstehen kann? Eine komplizierte Frage, Nushin. Ich hoffe, du kannst sie ansatzweise vermitteln. Vielen Dank. 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 Bye. Vielen Dank. Vielen Dank. Bye. 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 Ja, genau. بعد بیشتر میتونم بگم من اون آدمی هم که زیاد میکنم روی فیلم و نصیم اون آدمی هی که کم میکنه. یعنی چیزایی که به نظر زیاد میاد و بر میداره. و مثل مثلا یه ویراستار تو عدبیاتی چنین کاری رو انجام میده توی فیلم نامه. بعد میشینیم تازه وقتی به یه چیزی رستیم که همه همه شکلش معنی بود میشینیم و راجع بهش شروع میکنیم به کار مشترک انجام دادن. یه چیزی راستیم میده. Der natürlich wahrscheinlich einfach auch nicht ganz erklärbar ist oder so, aber trotzdem die Frage, solche Elemente, wie sie seine Filme sie auszeichnen, besonders machen, zum Beispiel dieser extreme Umgang mit Zeitstrukturen, Zeit zu dehnen und zu beugen und anzuhalten, in Wiederholung zu treiben, aber auch der gesamte visuelle Ansatz. Ist das etwas, was irgendwie schon immer in ihm war? Hatte er schon beispielsweise als Kind oder Jugendlicher auch so einen Blick auf gedehnte Zeit oder auf Wiederholung oder ist das eher etwas, was durch gesellschaftliche oder ästhetische Reflexion irgendwie sich entwickelt hat? Vielen Dank. 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 Ja, ich bin ein paar Jahre alt, ich bin ein paar Jahre alt, ich bin ein paar Jahre alt. Ja, also die Tatsache, dass es eben parallele Zeitschienen gibt oder gedehnte oder gebogene Zeitfragmente, das Interesse dafür ist bei mir entstanden, als ich damals anfing, mich für Filme zu interessieren und eben auch so Modelle und Vorbilder entdeckt habe, sozusagen. Und es war damals, als ich anfing, sehr üblich, dass die Erzählungen sozusagen nicht, dass sie parallel erzählt wurden, also dass es keine einheitliche Linie gab. Und das fand ich sehr interessant, hat mich fasziniert. Und später habe ich aber dann doch mich ernsthafter mit der Zeit befasst und nicht nur dieses spielerische Element des Biegens und Dins und der Parallelität betrachtet, sondern wirklich mich auch ernsthaft mit dem Phänomen Zeit befasst. Ja, ich wollte eigentlich in dem Zusammenhang auch mal auf das Sounddesign zu sprechen kommen, aber hier ist gerade eine Frage einer Zuschauerin nochmal einfach zur Kameraarbeit, ob er dazu einfach noch was erzählen möchte. Er hat ja früher immer in diesen One-Shots gearbeitet. Jetzt hat er einen neuen Ansatz gewählt. Wie war das für ihn und worauf hat er da dann Wert gelegt? Ja, ich liebe es. Ich liebe es zu sprechen, aber jetzt habe ich noch ein paar Fragen, aber ich habe noch ein paar Fragen in der Internet. Und die Frage ist, dass es in der Film-Film-Film-Film, die wir in der ersten Zeit haben, einen Plan gemacht haben, also eine One-Shots, eine Art von One-Shots gearbeitet haben, dass es in diesem Film nicht in diesem Film ist. Und warum ist das denn, oder wie ist das denn, oder wie ist das für Sie? Wenn man in den Filmen, die sich in einem neuen Film befinden kann, ich habe immer noch einen Film gemacht. Ich denke, ich denke, dass ich wieder zurückgekommen bin und ich habe einen Film gemacht. Aber ich denke, ich denke, ich denke, ich denke, ich denke, ich denke, Ich habe mir die Möglichkeit, dass ich mir eine andere Art von einem Fischern-Katzen habe und eine andere Art von einem Fischern-Katzen habe. Ich habe mir die Möglichkeit, wie die zwei Film-Katzen, wie die zwei Film-Katzen, den ich die Fischern-Katzen, mit einem Fischern-Katzen, und die Film-Katzen, die ich mir denke, dass sie zhörtert sind. Ich habe sie sehr viel, aber ich habe das Gefühl, wie die Film-Katzen, Ja, also das stimmt, die anderen Filme sind eben mit One-Shot gedreht worden, aber ich möchte mich nicht begrenzen in meiner Arbeit und zum Beispiel, also diese anderen Filme, der Fisch und die Katze und Invasion, das sind die Titel, die sind so gebaut worden und ich finde aber, dass dieser Film Careless Crime hat wahnsinnig viele Ähnlichkeiten mit diesen beiden anderen Filmen, mit meinen beiden ersten Filmen und es ist aber so, zum Beispiel auch was die Erzählung angeht und der Umgang mit der Zeit, aber ich habe jetzt doch lieber auch unterschiedliche Mittel benutzen wollen, um das auszudrücken. Wie der Jogger oder der Läufer, der während seines Laufes doch mal kurz stehen bleibt und geht, statt zu laufen und dann wieder seinen Lauf fortsetzt. Hat er das wirklich so empfunden? War es für ihn eine Erleichterung, jetzt so in einzelnen Szenen zu drehen? Weil diese One-Shot-Filme ist ja ein unglaublicher Aufwand und eine unglaubliche Konzentration. Oder hat er eher gemerkt, er wird da doch nicht so warm mit, wie mit den One-Shot-Filmen? Ja. Ja. Ich freue mich, dass ihr hier funktioniert? Ich glaube, ich habe einen Teil von mir geöffnet, und ich habe einen Teil von mir geöffnet. Für mich ist besonders interessant Wenn ich eben mit dieser One-Shot-Methode arbeite Dass ich als Regisseur und auch die Schauspieler Dass wir unsere Erfahrungen mit dem Zuschauer Eins zu eins teilen können Das ist für mich interessant Und ich möchte da nicht irgendwie im Hintergrund Daran rum editieren Um einen bestimmten Eindruck zu erzeugen Sondern ich finde diese direkte Erfahrbarkeit des Films Das finde ich so interessant Um die mit den Zuschauer zu teilen Ja, aber hier bei diesem Film Dadurch, dass wir verschiedene Orte hatten Wo eben der Film erzählt wird War das nicht möglich Vom Szenario her Diese Einstellung wirklich auch durchzuführen Und das ist eigentlich der Grund Warum ich das hier nicht gemacht habe Ich wollte es nicht aufzwingen Sozusagen dem Szenario Ja, vielen Dank Genau, dann vielleicht doch direkt anschließend Also die Bilder sind ja sehr stark Und die nehmen sehr stark ein Und erzeugen einen Sog Und diese ineinander verschlungenen Zeitlichen Ebenen Haben eine ungeheure Faszination Und darüber geht vielleicht Vielleicht ein Element vielleicht verloren Das ist nämlich der Sound Und der Umgang mit Musik Die ja immer sehr unbewusst arbeiten Vielleicht kann er uns dazu noch mal was erzählen Ob er da in dem Film Einem besonderen Konzept gefolgt ist Wir haben tatsächlich klare Musiken Wir haben Dialoge im Off Und wir haben auch teilweise dann so fast abstrakt Avantgardistische elektronische Klänge Wie ist da die Herangehensweise? Weil ich meine in der üblichen Wird man ja viel stärker mal über das Visuelle sprechen Und jetzt gehen wir mal auf die akustische Ebene Also die Änderungen und die Zeit, die wir in diesem Zeitpunkt sprechen, wirklich sehr, 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 sehr. Aber vielleicht ein paar andere, die hier ein paar, zum Beispiel, nicht mehr, weil es sehr, 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 sehr. Das ist ein paar Sida, also Sida und Musik. Das ist sehr schön, dass wir uns im einen Musiker zu hören, wir sehen uns im Geologen oder die Giffen-Güse-Haben von der Szene und wir sehen uns im einen neuen Musiker Elektronik-Kanal. also, die du mit diesem Verkommend mit diesem Zusammenhang mit diesen dem zu arbeiten? Ich freue mich sehr Er ist eine Frage, die ich mir sehr zu erinnere. und die Wörter-Wirrhen von mir und kann man immerhin in einem Karten-Worfen und wenn man immerhin das Karten-Worfen ist immerhin das Karten-Worfen und wenn ich selbst die Karten-Worfen und ich habe daran Röner-Worfen ein bisschen passiert und ich habe eine gute Möglichkeit ich habe zu sagen, dass er auch die Gefühle ist es auch die Gefühle und ich habe mich das und ich habe auch die Gefühle die Wörter-Worfen und ich habe die Gefühle dass ich mich für ein die Leil von der Zeit ist, über den Druck der Verstaltungen aus dem Gedanken, die ich von mir in einem Ermittlery, in dem Rom, das Thema und Zeitungen war. Ich habe in diesem Film viel Arbeit daran, um die Erde zu verabschieden, um die Erde zu verabschieden. Durch die Gemeinschaft, die ich in einem Film dazwischen Raum, durch die Dialog, die ich in dieser Form bin, Das freut mich sehr, diese Frage oder diese Aufmerksamkeit auf dieses Element, was ich sehr wichtig finde, nämlich den Sound. Und ich arbeite da auch schon länger mit Parviz Op Nord zusammen, der für den Soundmix zuständig ist. Und ihm gelingt es wunderbar, meine Gedankenwelt zu erfassen und das umzusetzen in den Sound. Ich muss sagen, wenn ich dann sehe, wie er das wirklich umsetzt, bin ich oft überrascht und wundere mich, wie er das zustande bekommen hat. Und wir hatten es hier mit einer sehr schweren Situation zu tun, weil eben es gab unheimlich viele Leute. Es gab sozusagen Dialoge, die eingefügt werden mussten. Dieser Faktor des Spiels mit der Zeit oder der Umgang mit der Zeit hat uns da irgendwie auch die Arbeit nicht besonders leicht gemacht. Die Wiederholungen, all das waren so Elemente, die das unheimlich schwer gemacht haben mit dem Sound um zu gehen. Und jetzt sage ich auch noch was zur Musik. Ich habe eine Art und Weise. Ich habe eine Art und Weise. Ich habe eine Art und Weise. . Ja, ich glaube, ich kann das Video machen, ich kann das Video machen, ich kann das Video machen. ein bisschen mehr Körper... ... dass man den Zähnungen zu retten, ... ... die Einigkeit von einem Symptom zu bringen ... ... die in der Zwischenzeitung ... ... die bei Tiedad des Sazer kaum Echraubesche, aber Hachmisch ziyade bäsche, die Mektar Duration des Schriften ziyade bäsche. Ja, ich muss noch dazu sagen, also wenn es um Long Takes geht, es ist unheimlich schwierig, weil wir nicht so viele Möglichkeiten haben, müssen die Schauspieler kleine Mikrofone tragen, die wir ihnen zwischendurch auswechseln oder wir müssen unbemerkt unter die Schauspieler gehen, um die Tonaufnahmen machen zu können. Das nochmal zu diesen Long Takes. Ja, ich arbeite oder ich habe jetzt mit drei verschiedenen Komponisten gearbeitet, was die Musik betrifft und mir gefällt die Arbeit von allen drei Komponisten sehr, sehr gut. Und bei diesem Film war mein Ziel, dass die Musik relativ reduziert ist und vor allem eine Funktion hat, dass sie die Gedankenwelt des Zuschauers irritiert. Dass dieser nervliche Druck, dass diese Anspannung, was ja dieser Tragödie inne wohnt, dass das sozusagen sich überträgt durch die Musik. Und genau, deswegen sollte es experimentale Musik sein und auch wenig Instrumente im Einsatz sein. Ja, vielen Dank. Das bringt mich noch zu einem weiteren Element, neben der wirklich starken Visualisierung der Erzählung, halt den Schauspielern ganz einfach. Also wir, Mushi und ich, wir haben eben noch über die, allein über diese vier Protagonisten geredet, die alle verschiedenste Typen wirklich sehr durchgängig umsetzen. Und gerade der Hauptdarsteller, nennen wir ihn mal, ist absolut überzeugend. Wir wissen nie genau, was er denkt. Er setzt das überzeugend um. Und er ist eigentlich gar nicht als Schauspieler bis jetzt in Erscheinung getreten, so wie ich das sehe. Wie findet er solche Figuren? Wie erzeugt er dann eine solche, ich sag jetzt mal Leistung oder Performance bei ihm? Vielen Dank. Ich glaube, Ich glaube, Ich glaube, Ja, also wenn ich Schauspieler suche, es geht mein Blick mehr auf Theater-Schauspieler, weil für mich das wichtig ist, dass die die Erfahrung mitbringen, wirklich lange zu spielen, ohne Pause lange zu spielen. Und Aboufazil Khorny, der die Rolle des Typen Khorny spielt, der kommt von der Theaterwelt, aber ich hatte ihn nicht als Schauspieler wahrgenommen, sondern als Regisseur. Ich bin auf ihn aufmerksam geworden, und als ich ihn gesehen habe, wir als Regisseur agiert, wir mit den Schauspielern umgeht, und ich hatte nicht gedacht, dass er mein Angebot annimmt, aber er hat es angenommen, hier zu spielen in dem Film. Aboufazil, Ich glaube, Ja, Ich bin zufrieden mit seiner Arbeit vor der Kamera. Was jetzt diese vier Personen angeht, also damals geschichtlich gesehen, waren die vier Täter, die das Kino angezündet haben, vier gleichaltrige Männer. Dennoch fand ich es interessant, dass ich nur den Typen Khorny als jungen Mann darstelle, und die drei anderen, das sind sozusagen Leute, wie sie 40 Jahre später sind, sozusagen. Genau. Jetzt haben wir nur ein paar seiner, seiner, nennen wir es mal, technischen Elemente, ansatzweise gestreift, und insgesamt formiert sich da jetzt ein sehr avantgardistisches Werk raus, wo so viel zusammenkommt, dass für mich die Frage ist, ist jetzt Film, warum ist für ihn Film eigentlich das Medium der Wahl? Es gibt eine große Nähe zu Kunst bei ihm, auch gerade seine Fragestellung an das Medium, ist das für ihn reizvoll, vielleicht auch mal das Medium zu wechseln, und auch mal was Experimentelles im Kunstbereich oder im Theaterbereich auszuprobieren? Vielen Dank. 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 Bye. 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 Und ich glaube, es ist ein Film von Irani-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film. Und ich glaube, es ist ein Film von Irani-Film-Film-Film-Film. Und ich glaube, es ist ein Film von Irani-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Film-Fil Ich glaube, es ist sehr, 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 sehr. Ja, das stimmt. Ich kiebe Kurze, unter Schrieffelke Kurze und unter Schrieffelke Arten und hab viel mit der jungen Generation zu tun. Ich habe auch viele Freunde, die aus dieser jungen Generation kommen. Und die beliebteste Kund bei der iranischen Jugend ist das Genre Film. Vielleicht war einst die Poesie so beliebt, wie heute der Film beliebt ist unter den jungen Leuten. Und ich muss sagen, die Geschwindigkeit der Entwicklung dieser jungen kreativen Leute ist so groß, dass wenn man nicht aufpasst, man zurückbleiben kann. Also es geht unheimlich schnell und ich hege große Hoffnung. Also ich glaube an diese Leute und ich habe eine große Hoffnung, dass sie auch außerhalb Irans eine stabile Beziehung zu Filme schaffen und Film aufbauen. Und ich denke, dass die nächsten zehn Jahre uns eine Menge bieten werden auf dieser Ebene. Ich denke, es ist eine große Herausforderung. Ich denke, dass die jungen waren, die jungen waren, die jungen waren, die jungen waren, die jungen waren. Ich denke, ich denke, es ist eine große Herausforderung. Ja, und ich möchte noch was hinzufügen. Das wäre schade, wenn ich das nicht auch noch erwähne. Es geht um iranische junge Frauen. Das ist ein sehr wichtiges Thema. Oder es ist sehr wichtig, was die auf die Beine stellen. Wir haben seit Anbeginn der Filmindustrie, hatten wir schon auch Frauen, auch als Regisseurinnen. Aber in den letzten Jahren ist die Qualität von iranischen jungen Frauen und Frauen, die Regisseurinnen sind, unheimlich gestiegen. Und was auch wichtig ist, dass wir jetzt nicht nur Schauspielerinnen und Regisseurinnen haben, sondern eben in den unterschiedlichen Zweigen der Filmindustrie werden Frauen aktiv beim Cutten, beim Drehen und so weiter. Ja, ein wichtiger Punkt. Wir achten beim Festival ja auch immer darauf, dass wir viele Filmemacherinnen auch hier einladen. Und gerade jetzt in der Ausgabe haben wir tatsächlich auch auf verschiedenen Ebenen Dokumentarfilmen, Spielfilmen, Kurzfilme haben wir auch Filmemacherinnen sehr stark vertreten. Vielen Dank, dass er das nochmal betont hat. Das ist wirklich sehr wichtig. Vielen Dank. Und ja, er hat es eben schon erwähnt im Kontext der Co-Produktion. Vielleicht kann er noch ein bisschen beschreiben, wie es mit seinem Film jetzt konkret weitergeht. Das würde uns interessieren. Ich glaube, er hat einen Schweizer und einen deutschen Verleih und darüber auch nochmal über seine internationalen Kontakte berichten. Ich meine, er ist jetzt in den USA. Ich hörte etwas von einer Co-Produktion. Das ist ja bei einem Filmemacher wie ihm, den man zum Weltkino rechnen würde, wäre es ja naheliegend, auch mehr im Bereich Co-Produktion zu arbeiten. Ist das reizvoll? Ist das schwierig? Oder ist es für ihn vielleicht auch, ist er vollkommen okay, wenn er seine Basis im Iran hat? Das ist ja bei einem Filmemacher. Das ist ja bei einem Filmemacher. Ich denke, dass die einen Augenblick auf einen einen Augenblick auf oder einen Augenblick auf einen Augenblick auf Ich denke, dass die die heute die 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 sind in die 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 johann-wtf. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja Er hat ein Angebot bekommen zu einem Film, das meinst du? Ja, genau. Ja, also ich glaube, wir haben in diesem Gespräch, das wir jetzt vielleicht so zum Ende bringen, weil eine Stunde herum ist, wir haben nicht so sehr über Details des Filmes gesprochen. Ich möchte da gerne auch noch auf ein tolles Interview verweisen, das wir vielleicht auch hier unten einstellen, mit Godfrey Cheshire, dem tollen US-Kritiker, gibt es ein tolles Interview, das nochmal Details des Films und auch dieses ganzen historischen Umfeldes einfängt. Ich wollte eher so einen Bogen spannen. Ich hoffe, dadurch sind die Fragen nicht zu oberflächlich geworden. Wer es vertiefen möchte, der kann den Film natürlich jetzt bei uns noch schauen. Er kann ihn auch dann, hoffe ich, bald, weil er ja europäische Verleihe hat, auf der großen Leinwand im Kino nach Corona gucken. Mich interessiert noch, dass er in diesem Gespräch mit Cheshire ja vor einigen Monaten erwähnt hat, dass die Entscheidung, ob der Film im Iran laufen kann, noch aussteht. Gibt es da schon Neuigkeiten? Vielen Dank. 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 Nushin, hast du noch eine Frage? Eine Abschließende? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Danke. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.